Es ist soweit. Der FC Zetter hält den Lohn. Herzliche Gratulation dem FC Zürich zum Schweizer Meistertitel 21-22. Das obligate Foto. Die ganze Familie des FC Zürich ist auf diesem Foto drauf. Janik Brecher, der Kapitän mittendrin, hat grosse Last zu tragen. Es wird die Ehrenrunde folgen. Pyros, Feuerwerk und ein Meer aus riesengrossen Fahnen. Tausende Fans in Ekstase. Im Mannschaftsbus bahnen sich die Helden des Abends zum Soundtrack der Zürcher Band Radio 200 Dusig ihren Weg zum Volkshaus. Auf dem Helvetia-Platz herrscht eine ausgelassene Stimmung. Die Sprechgesänge sind laut und hallen durch die ganze Stadt. Nach 13 Jahren ist es endlich wieder soweit. Der FC Zürich stemmt den Meisterpokal in die Höhe. Es ist der Startschuss für ein Fest, das bis ins Morgengrauen weitergehen dürfte. λف 4-5-4-5-5-6-6-7-8-7-7-8-8-8-8-8-8-8-6-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Untertitelung des ZDF, 2020